Mein Name ist Bernhard Ganschnig und ich bin der Gründer und Leiter der Selbsthilfegruppe für Korea Handdenken. Ich habe diese Selbsthilfegruppe 2007 in Salzburg gegründet und wir haben in diesen Jahren, in diesen letzten zehn Jahren, doch einiges erreichen können. So haben wir zum Beispiel in der Christian Doppler Klinik die Handdenkenambulanz ins Leben gerufen. Das habe ich damals noch mit dem Professor Ladurna ins Leben gerufen. Das heißt, wir haben immer den gleichen Arzt für die Betreuung der Handdenkenpatienten zur Verfügung. Des Weiteren gibt es ja seit zwei Jahren, drei Jahren das Gunther Ladurna Pflegezentrum und in diesem Pflegezentrum gibt es eine Handdenkenstation für sechs Handdenkenpatienten nach meinem Layout, welches ich in Deutschland, in Österreich und in Holland vorrecherchiert habe und das konnten wir dann dort sozusagen implantieren. Meine Selbsthilfegruppe ist so, dass wir am Anfang monatlich Gruppentreffen hatten. Es hat sich dann herausgestellt, dass das zu viel ist. Wir haben es dann alle zwei Monate geändert, aber mittlerweile ist es so, dass viele dieser Leute, die damals noch gekommen sind, jetzt nicht mehr so mobil sind, dass sie also nicht mehr zu den Gruppentreffen kommen. So habe ich auch meinen Weg ein bisschen geändert. Ich betreue die Leute jetzt mehr individuell, besuche sie persönlich, auch telefonisch und so denke ich, haben wir einen guten Weg gefunden, eben mit diesen Leuten ihnen beizustehen, ihnen diese Hilfe ankommen zu lassen. Es geht ja darum, dass man auf Augenhöhe mit jemandem sprechen kann, der diese Problematik kennt, da ja diese Krankheit so gut wie nicht bekannt ist in der Öffentlichkeit. Es passiert dann immer wieder, dass diese Leute in der Gesellschaft verurteilt, vorverurteilt werden, wie auch meine Frau, als sie noch selbstständig hier im Eurowag einkaufen konnte, aber aufgrund ihrer Gleichgewichtsstörungen wurde ihr nachgerufen, schaut euch die Betrunkene an. Also hier, diese Leute sind dann sehr ausgeschlossen. Und darum ziehen sich diese Leute auch mehr und mehr zurück. Und darum ist es ganz wichtig, dass man mit diesen Leuten Kontakt hält, dass man ihnen Mut zuspricht. Es ist ja so, dass die Krankheit bis heute nicht heilbar ist. Es gibt zwar in der Forschung Ansätze, wo man sozusagen schon die Ursache der Krankheit angeht. Allerdings, wenn wir jetzt im günstigsten Fall sprechen, wird es sicher noch 10, 12, 15 Jahre dauern, bis wir wirklich die erste wirksame Therapie für diese Krankheit sozusagen ins Leben bringen können. Ja, ich sehe meine Prämisse in dem Ganzen darin, diesen Menschen Lebensfreude zu schenken. Weil medizinisch, ich bin kein Mediziner, aber ich denke, ich kann mit meinen Möglichkeiten, meine bescheidene Möglichkeiten, aber ich versuche eben Lebensfreude in das Leben dieser Menschen zu bringen. Warum mache ich das Ganze? Meine Frau ist eine Betroffene. Also ich weiß, was es heißt, mit einem koreahandlichen Patienten zu leben, mit ihm umzugehen. Alle die Probleme, die da auftreten, erlebe ich täglich. Es ist nicht immer einfach. Man wird auch an seine Grenzen geführt, wie auch ich. Aber es ist trotzdem wieder schön zu sehen, wenn sich diese Menschen dann freuen und den Lebensmut nicht verlieren. Es ist leider Gottes so, dass diese Krankheit eine der höchsten Suizidraten hat, weil eben diese Menschen wissen, was auf sie zukommt, weil sie es in der Familie erleben, weil sie sehen, wie ihre Geschwister, ihre Eltern darunter wirklich elendiglich zugrunde gehen. Und darum, sage ich, ist so eine Selbsthilfegruppe ganz, ganz wichtig. Menschen, die überhaupt anderen Menschen helfen in Situationen, egal welche Krankheit das ist. Ja, und solange ich noch ein bisschen Energie in mir verspüre, möchte ich mich da einbringen und versuchen einfach diesen Menschen ein bisschen Lebensfreude zu schenken. Wie findet jemand mit Antiken die Barriere? Eine gute Frage. Also diese Frage ist jetzt, trifft mich ein bisschen überraschend, muss ich sagen, nachdem ich es zu Hause erlebe, dass viele handlichen Patienten Hilfsmittel oft nicht annehmen oder Therapien nicht annehmen und sich eher zurückziehen. Handlichen Patienten haben für sich in sich geschlossen einen sehr strukturierten Tagesablauf und wollen nicht damit gestört werden mit irgendwelchen anderen Dingen. Und ich sehe halt, also vielleicht die Barrierefreiheit. Ich hatte einmal die Gelegenheit, mit einer querschnittgelähmten jungen Sportlerin zu trainieren und habe damals, das ist jetzt doch schon einige Jahre her, gesehen, wie Barriere, wie wenig barrierefrei Salzburg war. Ja, es hat sich sicher sehr viel getan in diesen letzten Jahren. Und ich denke schon, dass das auch für korea-handlichen Patienten eine große Herausforderung ist, oft über gewisse Dinge einfach, wenn sie nicht barrierefrei sind, da rüber zu kommen. Weil sie einfach durch ihre Gleichgewichtsstörungen, auch durch ihre geistigen Defizite, die sie haben, da schon immer wieder auch an ihre Grenzen kommen. Aber ich muss aber auch gestehen, ich habe da bis jetzt kein so ein großes Augenmerk drauf gelegt, werde es aber in Zukunft mehr tun.